Hallo, wir sind die Polisband der Realschuleburgstraße und wir waren heute für euch unterwegs, um verschiedene Informationen über Nachhilfestudios in Celle zu finden. Wir stehen hier vor dem Nachhilfestudio Studienkreis und hier gibt es qualifizierten Nachhilfeunterricht. Und weitere Informationen findet ihr unter nachhilfe.de Wir stehen hier vor der Nachhilfeschule Einfach Lernen. Hier bekommt man qualifizierten Nachhilfeunterricht als Einzelperson oder in einer Gruppe bis maximal drei Schüler. Die Besonderheiten an der Nachhilfeschule sind das Sprachlabor zur gezielten Verbesserung der englischen Aussprache oder die Förderkurse für Naturwissenschaften. Die Nachhilfe gibt es in allen Fächern und für alle Klassenstufen. Wir stehen jetzt hier vor dem Lernstudio RASCH, das ist in der Nähe von der Stadtbibliothek und hier kann man neben normalem Nachhilfeunterricht auch Sprach- und Computerkurse belegen. Und das nicht nur für Schüler, sondern auch für Erwachsene. Wir befinden uns hier in der Westerzeller Torstraße und das hier ist die Schülerhilfe. Hier bekommt ihr im zweiten Stock bessere Noten und viel Spaß beim Lernen. Und das ist unser Fazit. Wie ihr gesehen habt, hier sind Celle viele Nachhilfestudios. Wenn ihr Interesse habt, schaut doch einfach mal vorbei. Viel Spaß beim Lernen! Bis zum nächsten Mal!